Vorschau Rote Rosen 4. Dezember 2020 Zwischen Mona und Tatjana spitzt sich die Situation weiter zu. Beide erheben Anspruch auf Andreas. Aber ist er das wirklich wert? Mona räumt letztendlich das Feld und macht den Weg frei für ihre Konkurrenten. Britta und Tina haben Mitleid mit Walter und ernennen ihn zum Ehrenpartner Onkel von Lilly. Im Kampf um Anerkennung geraten Amelie und David in einen Wettstreit. Doch ihre Energien entladen sich letztendlich anderweitig. Johanna und Thomas machen einen Ausflug in den Klosterkader und haben eine Begegnung der anderen Art.